Nein! Weißt du wie tief das ist? Du kriegst weil kein Geld von mir, Mann! Hast du dein Handy dabei? Nein, das haben wir nicht schon. Shit, Mann, ist das kalt! Wir müssen ja gar nicht hier reingefahren! Du willst zum Baumstamm? Nein, nein, nein! Du verdienst es ja bei keine Verfahrung! Was? Wie tief ist das?